Gott zeichnet den Weg vor, den jeder Mensch gehen soll. Du musst also nur erkennen, was er für dich aufgezeichnet hat. Erinnere dich immer an das, was du erreichen willst. Gib nie deine Träume auf. Folge den Zeichen. Wenn du etwas ganz fest willst, wird das ganze Universum darauf hinwirken, dass du es verwirklichen kannst. Und an jeder von uns weiß, dass wer an Träume glaubt, diese auch deuten kann. Jeder hat seine eigene Auffassung von Träumen. Immerhin ist es gut, wenn du lernst, dass alles im Leben seinen Preis hat. Das ist das, was wir Lichtboten vermitteln wollen. Die Augen zeigen die Kraft der Seele an. Höre auf die Stimme deines Herzens. Weil alles geschrieben steht. Maktub Abonnieren